Moin Moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video, diesmal von Apple Arcade und wir spielen Publis Run, das ist gerade da rausgekommen für und es sieht einfach nur sehr sehr witzig aus, ich dachte wir schauen uns das mal an, gemeinsam und gucken was wir davon halten können, ich möchte so allgemein immer ein paar mehr neue Spiele vorstellen von der Apple Arcade, weil eigentlich kommen recht gute Spiele voraus. So das ganze Spiel mit dem Joypad, ich habe nämlich den Xbox Controller angeschlossen, ich hoffe es funktioniert ganz gut, gucken wir jetzt den erfunden hat, drücke zum Lenken die Pfeiltasten, ah ok da ist unser Controller, perfekt, den linken Stick müssen wir benutzen, ok, uh, oh ja, jetzt geht's los, gut, was müssen wir machen, ich denke mal wir müssen versuchen hier durchzukommen ohne unsere Leute zu verlieren, denn die kann man bei allen möglichen Hindernissen verlieren, aber es sah für mich wie das witzigste Running Spiel aus, was im Shop, sammle Läufer ein, ach so, hier, ah, da stehen noch mehr Leute rum, hi, super, oh, Subs, Subs, die kann ich auch gut hier gebrauchen, also, ja, wir laufen, ah, nicht da reinlaufen, Ok, jetzt mal die Münzein sammeln, nächster Checkpoint, die Musik ist hip, oh, ich darf nicht gegen die Bande kommen, dann fliegen die Leute nämlich hier weg, mal gucken wie weit wir kommen, Cooles Lied, mal gucken wie lange wir uns das gut finden, bis uns das auf den Sack geht, uh, wir rutschen, yeah, oh, was ist das denn, oh, ein schneller Tunnel, oh, das ist das Ziel, oh, das kann doch das Ziel gewesen sein, ja, cool, ich bin gespannt, Also, es schließt schon witzig aus, muss man sagen, und es spielt sich mega flüssig, also, das muss man sagen, also, es läuft hier wirklich mit einer Granatengeschwindigkeit, Oh, ich habe hier, winkt, oh, running fast, oh, running fast, oh, running fast, oh, was kann man noch nicht machen, was soll das hier, okay, los geht's, Oh, ich habe hier noch mehr Funktionen dazukommen, dass man noch mehr kann, jetzt kann ich springen, kann ich, und ich kann, ähm, links und rechts laufen, gucken, was kommt, die geheime Zutat, Level 1, Willkommen zurück zu der Party! Die sind so ein bisschen schwerfälliger, desto mehr Leute das werden, desto schwerfälliger wird es zu laufen, muss man leider sagen. Was ist denn? Es kommen noch rollende Donuts auf den Zug. Hummer Simpson wird sich freuen. Checkpoint! Avocado Man soll er einsammeln? Okay. Ich kann nicht die Formatierung ändern, dass sie in andere Formation laufen. Das geht glaube ich nicht. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wow! Noch haben wir ihn dabei. Er ist hinten dran. Er freut sich seines Lebens. Der Avocado Man. Oh, wir haben es geschafft. Und wir haben ihn dabei. Mal gucken. Eine Belohnung, die wir geschafft haben. Ja, falls ihr euch das Spiel zusagt. Die 4,99 sind auf jeden Fall gut investiert. Also ich glaube, man kann ja jederzeit kündigen. Man hat 4,99 im Monat und dafür kriegt man schon recht viele Spiele. Ich muss sagen, ich habe schon ein paar Spiele entdeckt, die wirklich gut sind bei Arcade. Und das hier oben links könnt ihr sehen. Da haben wir auch die Geheimnisse geschafft. Yes! Reife Avocado. Ja. Könnt ihr sehen? Papp ich das an. Ladet euch das mal runter. Nee, ich krieg kein Geld dafür. Was ich dafür Werbung mache. Oh, der Hardcore-Modus ist freigeschaltet. Hardcore-Modus aktiviert! Hardcore! Okay. Wir machen manche Hardcore. Ich gehe jetzt mal weiter. Nächste Level. Okay, singen sollte ich nicht. Ja, sag mir mal in den Kommentaren, ob es euch zusagt, wenn wir diese Spiele auch mal vorstellen. Es wäre jetzt eine Let's Play-Reihe natürlich. Das wird nur eine Vorstellung der Spiele. Und ich finde es macht schon Sinn. Und ich die Röhre. Wooh! 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 Es kommt noch wie immer noch das Survival-Z. Kommt noch wie Appellicate. Das werde ich mal reinziehen. Mal gucken, wie das wird. Das könnte ich sogar wie als Serie vorstellen. Weiß noch nicht. Wooh! Ich glaube, wenn ich immer springen muss, aber... Oh! Oh nein! Mist! Oh, noch einen verloren! Oh! Scheiß! Burger! Ich bin einfach mitgegangen. Hi! Ich kann aber nicht rutschen hier. Oh! 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 Wie man ist das denn? Oh! Oh! Das sind immer so ein paar. Da ist ein paar Leute bleiben auf der Strecke, ne? Checkpoint! Oh! 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 Mist, noch drei, ich brauche mindestens fünf um das Level einigermaßen super abzuschließen. Oh, nein, ich glaube es war kurz vorm Ziel. Das war nicht so gut, aber jetzt wissen wir was auf uns zukommt. Das ist schon witzig, also gerade auf der Couch ein bisschen zu sitzen, das ein bisschen zu daddeln, das hat schon Potenzial. Großer Ärger. Halte gedrückt um lange zu springen, okay, los geht's. Not all? Oh nein, ich bin in die Löcher gefallen. Ah, hab ich nicht gesehen. Okay. Wie dumm war das denn bitte da? Boah, das ist aber echt, echt mieses Ding. Oh, da können wir nur in Zeitlufe durch, weil wir nicht zu langsam sind, oder was? Heieieiei. Da können wir leckere, leckere Essen hier rein. Oh. Oh Mann ey, das ist, weil man so schnell ausweicht, dann knallt man sofort links und rechts gegen die Bande ey. Das ist auch ein gemeines Spiel. Ohhhh. Ohhhhhhh. Ohhhh. 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 Es zieht den Schwierigkeitsgrad schon relativ zügig an, aber wir haben es noch nicht eingeschafft. Das war jetzt nicht so viel, aber naja. Wir müssen uns mal bei Highscores schnappen glaube ich. Geheimnisse haben wir nicht entdeckt. Wir müssen mal gucken was es für Geheimnisse noch gibt. Wir gehen hier nochmal rein, Level 4. Ein paar Level machen wir auf jeden Fall noch zusammen. Ist schon cool. Also ist schon cool gemacht alles, muss man sagen. Aber ist natürlich ein Schmiefel zwischendurch. Schmaler Pfad, das hört sich total blöd an. Dann wird der Pfad ja wahrscheinlich schmal sein. Dann verliert alle seine Menschen. Ich frag mich so, warum die alle mit mir mit wollen. Oh. Oh. Wow. Heieiei. Dann müssen wir eigentlich mal so einen Community Run machen. Wer der beste Läufer ist von uns hier. Nicht wahrscheinend nicht. Wow. Da ist doch noch Abkaurohain hier, habe ich gesehen. Aber wie kriegt man den dann? Muss man wahrscheinlich aus der Bande rausfliegen oder so? Wow. 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 Warte. Nicht überhaupt nicht gesteuert hier, Geheimnis. Oh. Alter. Ja. Ist doch schon ein bisschen gemein, das Spiel. Buh. Lauf vor es, lauf. Oh. Warum renne ich da rüber? Warum müssen sie drum von mir? Oh. I think. Oh. Oh, wieder einen verloren. Oh. Noch ein verloren. Oh. Ich dachte, ich könnte auch keinen nicht über die Rürste bringen. Oh. Oh. Wir sind los. Guck mal. Über die Rürste kommen wir nicht. Jetzt rutschen, endlich, rutschen, rutschen ist super, das ist auch echt ein schmaler Ab ins Loch, wiedergeburt in diesem Loch Mal schauen, boah, haben wir nicht so viel erreicht, glaube ich Läufe haben wir geschafft, alle sechs, von der Münzen haben wir nicht, doch, haben wir auch, nur die Geheimnisse haben wir nicht Ja, wir müssen mal gucken, was muss da irgendwo Abkürzung geben, wo man so ein Avocado-Heini hier einkrammeln kann So, das letzte Level hier auf diesem Podest, schauen wir doch mal So, komm, Hume, fräst den Donut Bram, 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 bram Biss, Entschuldigung Ja, schon mit dem Deutsch bleiben, ne? Makaron 1, der König Wo ist er? Ok, da war er, ich hab ihn gesehen Ist das ein Boss, oder sollen wir ihn nur einsammeln? Ist ja auch spannend zu wissen Alter, wie viele Leute sind da hinten ein hier? Was will er? Seine Majestät König Makaron der Erste Haltet drei Runden durch, um seine Krone zu nehmen Ok Die Frage, was wir durchhalten müssen Oh Ah Was ist da los? Alter, ich glaub, mein Joy-Four hat die Verbindung verloren So kurz lossteuern hier, über die Tasten Wie mies ist das denn? Gerade jetzt, wo ich Wie lebt das Scheiß-Teil die Verbindung? Können wir ihn verarschen? Hat der Rap da einfach mal, der, 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 der Makaron? Oh, shit Ah, ich glaub, ich hab die Verbindung wieder mit dem Joy-Four hat, gut Komischerweise, war war immer weg Oh, gut Boah, Makaron vorbei Oh 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 Musik Oh 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 Das ist auch schwierig hier. Ah, fuck. Wo? Ah, zwei noch. War das die erste Runde? Okay, das war die erste Runde. Okay, dann müssen wir noch zwei Runden aushalten. Gucken wir hin. Da sind ja ein paar Leute. Boom, wir kommen, Macron. Runde zwei. Jetzt wird er ein bisschen böser. Wow. Ist das ein fieser Typ? Oh, also es ist wirklich, ah, es ist leichter mit wenigen Leuten zu laufen, aber man hat natürlich nicht so viel Leben dann, ne? Boom. Was macht er da? Kommt schon wieder. Oh, oh. So ein Mistviech. Oh. Komm, lass mich diese Runde noch schaffen mit dem einen Typen hier. Das wäre jetzt schon ein Highlight. Oh. Oh, nein. Echt, ich habe den Sternteil doch schon gesehen. Oh, kack. Oh, Leute. Das ist merkwürdig. Oh, das ist echt enge Kiste hier. Oh, das ist echt ein Typ, ey. Mann, Mann, Mann. Wee. Wee! Was ist das? jetzt haben wir die jahre okay nur ein paar leute mit jetzt in runde 3 so witzig wie der redet die ganze zeit erzählt bleibt auf deiner spur hapa hat heute gegen die einmal das ist doch ein fieses ding er hat sich auf dem boden stellt und ihr echt nur glück haben dass du gerade vorbei kommt man so schnell kann mich gar nicht bewegen wie wie er sich da auf dem Boden blitzt. Wir sind ganz gut bei dabei gerade. Yes! Boom, Macron, nimm das! Jawohl. Können wir jetzt hin und essen hin auf? Wir haben die Krone! Yeah! Keine Chance gegen uns. Wuhuuu! Nicht schlecht. Sehr gut gemacht! Muss man sagen, oder? Corona haben wir. Die einzige Aufgabe? Das Hardcore wird auch freigestattet. Ich glaube Hardcore sollten wir nicht probieren, bzw. nicht heute. Hardcore! 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 Super! Macht schon was! Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und so, ne? Dann freue ich mich auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Ich wollte euch das nur mal gezeigt haben. Wenn es euch Spaß macht, geht doch mal in den Shop rein und holt es euch. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin! Tschüss! Bye! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jeff, ihr euch nicht mordet? Untertitelung des ZDF, 2020